Herzlich willkommen zu einer weiteren Meditation und heute geht es um die emotionale Eigenverantwortung. Es ist ganz wichtig, dass du bei dir bleibst, denn du kannst dir das vorstellen, dass dein Kopf und auch dein Herz teilweise wie eine Antenne ist. Das heißt, du empfängst da ganz viele verschiedene Radiosender und du bist natürlich mehr auf die Radiosender geprägt. Du kannst dir das vorstellen wie bei einem Autoradio, wo du gewisse Kanäle eingespeichert hast, dass du eins Kanal, ich sage jetzt mal Ö3, Ö2, Bayern 3, keine Ahnung, oder wie auch immer die heißen in Deutschland, ich kenne nur die österreichischen Sender, dass man diese Radiosender eingespeichert hat und so kannst du dir das emotional auch vorstellen. Das heißt, die Kanäle, die du mehr bedienst, sind leichter getriggert und eingespeichert. Das heißt, wenn Gefühle in deinem Familiensystem zum Beispiel sind, in deiner Herkunftsfamilie, sind das Kanäle, die du ganz oft gehört hast. Also die sind leichter gespeichert und auch leichter getriggert. Und das empfängt dann auch dein Herz oder auch dein Kopf leichter. Genauso ist es eben mit Leuten, die dir sehr nahe liegen, die du gerne hast. Auch das empfängt dein Herz und dein Kopf leichter und kriegt leichter rein. Und wenn du dann nicht klar bei dir bist, klar in deiner Eigenverantwortung bist, dann kann es sein, dass deine Stimmung kippt, dass du womöglich von Freude in Trauer kippst oder von einer Zuversicht in Angst und Unsicherheit, weil eben diese Kanäle getriggert werden und weil du da was aufschnappst. Das muss jetzt nicht unbedingt immer gegenwärtig sein. Also das heißt jetzt nicht mal, dass es jetzt, wenn du zum Beispiel Angst hast, dass jemand aktuell Angst in deinem Familiensystem hat, sondern das sind dann so gespeicherte Eindrücke, gespeicherte Kanäle. Also eigentlich wie eine Aufzeichnung von einer Radiosendung. So kannst du dir das vorstellen. Und heute geht es darum, eine klare Eigenverantwortung in deine Emotionen zu bringen, klar bei dir zu bleiben, sodass du ganz entspannt deine Gefühle genießen kannst und natürlich auch ändern kannst. Denn wenn es deine Gefühle nicht sind, dann kannst du es natürlich auch nicht ändern. So, und zu diesem Zweck atmest du jetzt mal tief ein und wieder aus und schließt mal deine Augen. Und wir beginnen jetzt mal mit einer hell-orangen Energie oder Aprikofarben. Also stell dir mal ein ganz helles Orange vor, so mental. Und dieses helle Orange umgibt dich jetzt. Das hüllt dich richtig ein. Und ich würde dir empfehlen, stell es dir zuerst bei deinen Füßen vor, hell-orange bei deinen Füßen. Und stell dir dann vor, dass wirklich, wie wenn du in ein hell-orange gestrichenes Haus reingehst, stell dir mal vor, dass diese hell-orange Aprikofarbene Energie wirklich dich einhüllt. Mehr musst du noch nicht spüren. Es geht nur mal darum, hell-orange ist unter mir, ist ober mir, ist um mich herum. Und jetzt erlaube mal diesem hell-orange, das ist so die Frequenz Hingabe öffnen. Jetzt erlaub mal dieser Frequenz, dass sie dich inspiriert und berührt. Das heißt, dein Energiefeld wird nun von Hingabe, Weichheit und Öffnen inspiriert. Und spür mal, wie du weicher wirst, wie du ruhiger wirst. Und wie du ganz ins Hier und Jetzt in die Gegenwart sinkst. Es gibt jetzt nichts zu tun und auch nichts zu lösen. Du kannst jetzt absolut ins Hier und Jetzt eintauchen. Und in dieser Entspannung, in dieser Weichheit, in dieser Hingabe erlaubst du dir jetzt, dass Heilung geschieht. Und zwar eine tiefe Heilung in dein Familiensystem und in dein Umfeld. Und stell dir mal vor, die Menschen, um die du dich am meisten sorgst, deine Eltern, vielleicht auch deine Kinder, deine Liebsten, deine Großeltern sind an einem Ort, wo es ihnen absolut gut geht und wo sie alle erfüllt und glücklich sind. Stell dir das mal vor. Dein Vater, deine Mutter, deine Onkel und Tanten, deine Großeltern, deine Kinder, deine Partnerin, dein Partner, alle sind an einem Ort, wo es ihnen absolut gut geht. Der perfekte Ort, wo sie heilen können, wo sie zufrieden sind, wo tiefe Liebe durch sie hindurch fließt. Wo jedes Mitglied zu deiner Familie und deiner Liebsten wahrnimmt, wahrnimmt, ich bin geliebt, das ist ganz wunderbar und besonders, dass ich hier bin. Danke, dass ich an diesem wunderbaren Ort sein kann, wo mir nichts fehlt. Und dein gesamtes Umfeld, auch deine Freunde, deine Kolleginnen, deine Kollegen, alle sind optimal versorgt. Und auch die Welt ist in absoluter Harmonie und absolutem Frieden. Es gibt keine aktuellen Themen, Probleme, Krisen. Alles ist friedlich. Es ist fast so, als würde in den Nachrichten und anderen Social Media Kanälen kommen, alles ist gut, wir sind glücklich. Wir sind zufrieden, wir sind erfüllt, wir sind dankbar, wir sind heil. Und spüre, wie die Welt jetzt von dir abfällt. Und atme mal tief ein, und wieder aus und lass mit dem Ausatmen die ganze Welt von dir abfallen. Und spüre jetzt, es gibt nur ein einziges Licht, eine einzige Person, eine einzige Flamme, um die es jetzt geht. Und das bist du selber. und du selbst gehörst genährt, geachtet, geliebt, getragen, verstanden, geheilt. und du lässt dir jetzt all das, was du benötigst, zuteil werden. All das fließt jetzt in dich ein. Du bist das Zentrum und du verdienst es in Frieden, in Klarheit, in Heilung, in Liebe, in Wohlstand, und in Freude, in Licht, in Klarheit, in Inspiration zu sein. Und atme mal tief ein und wieder aus zu deinem Wesen, zu deinem Kern. Und spüre jetzt mal, dass du in deiner Mitte ankommst. Und erlaube dir jetzt, die Hüterin, der Hüter von deinem Wesen zu sein. Aber bevor du zu 100% die Hüterin und der Hüter von dir selbst sein kannst, von deinem Wesen, von deiner Wirklichkeit sein kannst, werden noch einmal Anstrengungen transformiert. Verspannungen dürfen sich lösen. In der tiefe Müdigkeit darf sich jetzt lösen. Du darfst jetzt absolut und klar in deine Kraft kommen. In deine Durchsetzungskraft, aber auch in deine emotionale Kraft. dass du sowohl für dich einstehen kannst, als auch dich wahrnehmen kannst in all deiner Vielfalt. ich stehe für mich ein, ich nehme mich wahr. Atme das mal tief ein und wieder aus. und spüre jetzt, dass du den selben Frieden, dieselbe Zufriedenheit, dieselbe Heilung und Klarheit empfangen darfst, die jeder und jede in deinem Umfeld empfangen hat. Du spürst nun, dass du in deine Kraft sinkst und dass diese Kraft heilsam ist. Dass du in deinem Wesen heil und ganz bist. und in dieser Klarheit, in dieser Autorität spürst du, wie du dich innerlich aufrichtest, wie du heller wirst, wie du deine Brust rausstreckst und du spürst, dass du stark bist, dass du klar bist. Und du spürst, dass dich nichts aufhalten kann. Und nichts beeinträchtigen oder einschränken kann. Und du bedankst dich dafür. Tief in deinem Inneren sagst du Danke. Und alte Einschränkungen transformieren sich. Falsche Zurückhaltung transformiert sich. Du spürst, dass du ganz und absolut in deiner Wirklichkeit verankert wirst. In deinem Licht. In deiner Autorität. Ich bin klar. Ich bin frei. und ich spüre, dass es gut ist. Ich bin klar. Ich bin frei. Und ich spüre, dass es gut ist. Und in diesem Augenblick spürst du auch die Klarheit, die Freiheit und die Würde deines Daseins. Und du betankst dich aus ganzen Herzen bei der geistigen Welt, bei allen geistigen Helfern und Führern, die dich befreit haben und die dich in deine Kraft gebracht haben. Und du siehst eine positive Vision, eine positive Perspektive für dich. Und du spürst auch, dass diese positive Vision und Perspektive alle um dich haben. Da gibt es keinen Zorn, keine Einschränkungen, keine Streitereien mehr. Alles geht positiv nach vorne. Jeder ist in seiner Kraft, in seiner Verantwortung, in ihrer Kraft, in ihrer Verantwortung. Und du spürst, es geht weiter und es wird grandios und wunderbar. Bedanke dich jetzt noch mal bei deinem höheren Selbst, bei deiner inneren Weisheit. Und atme noch mal dieses Gefühl tief ein und aus, dieses es geht nach vorne, es geht weiter und alle anderen teilen diese Vision. Und dann streck dich durch, beweg deine Arme und Beine und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. fühl noch mal nach und öffne dann deine Augen, wenn du dich gut spüren kannst. Wie ist es dir bei dieser Reise gegangen? Was hast du erlebt? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich freue mich einfach, dass du drangeblieben bist, dass du dabei bist und ich denke, dass diese Welt wirklich eine positive Vision braucht und die fängt immer bei dir an. Und ich wünsche dir alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Aerny. Tschüss, bis nächstes Mal. beiden shows, bis nächstes Mal. Untertitelung des ZDF, 2020